Ich bin von dem Ding immer noch nicht so ganz überzeugt. Macht's bei mir Schaden. Der Oberschenkelknochen. Aber... Mal gucken, für wie viel wir den verscherbeln können. Ob sich das lohnt. Da lang. Wenn sich das lohnt, nur zu... Einmal zu der hollen Zigeunerin. Unorna. Dieser war eigentlich kein Blut mehr. Hä? Achso, klar. Ja. Kurzzeitgedächtnis und so. Hm. Unorna's Laden. Willkommen, mein Kind. 680. Hm. Hm, hm, hm. Hm. Das können wir gleich wahr. Da. Gott sei mit euch, mein Junge. Ähm... Mauspäcks. Da. Versagt. Schade. Willkommen, mein Kind. Verseuchte Vitae. Ach, es ist ärgerlich. Dafür kriegen wir eigentlich nichts mehr. Ähm... Und hier haben wir... Nichts Interessantes. Lebt wohl, junger Mann. Joa, jetzt verschärbeln wir noch schnell mal... ...den Knochen. Hier sind meine Waren. Hier sind meine Waren. Gebt Acht. Wie gesagt, es ist schön und gut, dass der mehr Schaden gegen den Kaniten macht. Aber... 20... Weiß ich nicht. Ob das so ein guter Tausch ist. Dafür kriegen wir 680. Goldmünzen. Und hier aus müssten wir... Achso, direkt geradeaus. Da ist er ja schon. Dann wollen wir noch mal gucken. wonde Haben wir junge in rheinMother We cleansstband? Oje... Oje. Oje... Naja, erstmal verkaufen... Das müssen wir noch mal gucken. geschlagene Lederrüst und Panzerhandschuhe, ja können wir einmal für sie kaufen und leichter Helm und eine beschlagene Lederrüstung, das ist in Ordnung, ein Schild, da ist ja auch noch, ja was, 2000, ne, 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 das ist natürlich nett, ihr habt meine Hand darauf, das Geschäft ist besiegelt, seid gegrüßt, junger Mann, ihr habt meine Hand darauf, das Geschäft ist besiegelt, Gucken wir mal, dass wir demnächst auch mal ein bisschen Wert auf andere Dinge legen, hoch, z.B. Körperkraftleveln, da ist ein Brot, 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 da links rum, also rechts rum, nein, da lang, ja, man muss mit den XP echt haushalten, die sind schneller weg, als man gucken kann, oh, moin, ähm, ... ... ... Ah, komm. Sooo... Toll! Gib dir mal Blut zurück! Hm... Okay... Nicht schlimm... Ah... Hahaha... Ah... 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 Okay, das war jetzt nicht mehr so viel. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Ja, komm, ja, ich hab ihn schon. Vater? Ja! Komm, komm! Stürzt! Da krieg ich nichts, okay Die aber Oh Claymore Nice Aber Wir sind einfach zu schwächlich Schade Zur Hölle mit euch! Schade 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 Nimm mal die Krippe, wenn die weglaufen. Naja. Okay, da war nix weiter. Oh doch. Oh. Ein leichter Helm. Naja. Hallo? Ah. Oh ja. Ein Säbel. Hm. Passt irgendwie besser. Ich weiß nicht wieso. Oh was. Nicht schon wieder. Warte mal. Bleib mal hier. Weicht nicht von der Stelle. Ah. 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 Ich muss nicht auch mal die engen Gänge hier. Ah, komm. Oh. Sirena hat neuen Status. Schon wieder so viel... Wow. Leppert sich. Komm her. Nein. Geht ihr unten. Ah, das Fiedern. Beide so spezial, Heini. Das Tier erbacht in mir. Nein. Zur Hölle mit euch. Zur Hölle mit euch. Danke. Boah, Mann. Ei, 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 ei. So, mal gucken. Nee, hab ich kein Blut für. Ich hab aber auch keine... Verdammt. Na ja, gut. Hilft ja nix. Den hab ich ja völlig vergessen. Okay. Maximal 40 Menschlichkeiten. Hm. Es sei euch gestattet, meinem Körper wertvolles Blut zu entziehen und war euer Wohl zu sorgen. Ja, nett. Hm. Ich hab' da noch Krankheit. Hm. Ich hab' da noch krankheit. Nein. Ich hab' da noch krankheit. gut, das klappert sich wieder langsam Hallo, geh da ran vorbei, danke Geht's viel lang? Ne, da kommen wir hoch Ah, haha, hinauf zum goldenen Weg Alles klar Ja, da lang Oh, besser läuft Die liegt Der Weg von Cain ist der einzige Weg Folle es, lass es dir leden Okay Der Weg Cain